Liebesbrief von Rainer Maria Rilke an Loh-Andreas Sagen München, 9. Juni 1897 Von dir durch Regengassen stehle ich mich so schnell und mir geschieht, dass jeder, der des Weges zieht, die selige, erlöste Seele in meinen Augen flammen sie. Und ich will ängstlich auf der Reise mein Glück verwerben vor dem Hauf. Ich trage es heim in schnellem Lauf. Erst tief in Nächten schließe ich's leise wie eine goldene Truhe auf. Da gibt es reiche Kronenreiser und Sterne sind als Steine drin. Und keiner ahnt es. Du, ich bin bei meinen Schätzen wie ein Kaiser und weiß von meiner Kaiserin. Dann hol ich seine goldenen Schätze aus dunkler Tiefe Zoll für Zoll und weiß nicht, was ich schauen soll. Denn meiner Stube alle Plätze sind übervoll, sind übervoll. Es ist ein Reichen ohnegleichen, wie in die Nacht noch nie geschaut, wie in die Nacht noch nie betaut und mehr als je an Liebeszeichen die empfangen eine Fürstenbraut. Da gibt es reiche Kronenreiser und Sterne sind als Steine drin. Und keiner ahnt es. Du, ich bin bei meinen Schätzen wie ein Kaiser und weiß von meiner Kaiserin. Ich weiß nicht, was ich da. Ich bin bei meinen Schätzen wie ein Kaiser und ich bin bei meinen Schätzen. Ich bin bei meinen Schätzen wie ein Kaiser. Vielen Dank.